So, wo sind wir denn jetzt hier? Fast alte Heimat. In unserer alten Heimat. Fast alte Heimat. Hier vor 25 Jahren fing es hier an. Ja, da warst du sogar in Kalamier im Urlaub, wo wir uns kennengelernt haben. Wie hieß das Hotel? Irgendwas mit A? Ganz kleines Hotel hier und du warst im Haus deiner Mutti mit dem Freund Robert, mit dem du auch noch Kontakt hast. Richtig, genau. Ninho hieß das Hotel. Irgendwo auf jeden Fall war es hier in der Straße, in der Fußgängerzone, in der wir gerade unterwegs sind. Ja, in Kalamier. Genau. Also Fußgängeroptisch hat sich in der Zone nicht viel verändert. Ja, hat bis zu renoviert worden, an ein paar Ecken. Hier war mein altes Neckermann-Büro drin. Ja, hier nicht so. Ja, direkt an der Ecke. Ja, da habe ich früher gearbeitet bei Neckermann als Reiseleiter. Ja. Und das Eckbüro, ne, das Eckladen war damals unser Büro. Jetzt gibt es dort. Wahnsinn. Komplett abgerissen für so ein Souvenir. Nur noch irgendwelche Souvenire. Ja, Wahnsinn. Ja. Das war Neckermann. Aber Neckermann gibt es auch nicht mehr. Ja. Neckermann ist ja leite. Und unser Armin, der hat da so viel gearbeitet. Richtig, lange Zeit. Lang, lang, lang. Aber hier ist ein bisschen Leben in der Fußgängerzone. Hier ist ganz gut Leben, ja. Wir haben auch die Geschäftsführung, wie Mango und so weiter, offen. Ja, das sind auch Sachen, die Sie alle neu getan haben. Mango gab es früher nicht, wo wir hier waren. Ja. Und da haben Sie schon einige Läden auch ein bisschen geändert, Fußgängerzone ein bisschen geändert. Aber wie gesagt, wie du sagst, so viel hat sie nicht geändert, Fußgängerzone. Ich habe die doch hier auch gearbeitet, in der Parfümerie. Ja, ich habe gerade überlegt, wo die, da hat sie rausgeholtzen. Ja. Ich glaube, die waren ein Stück weiter vorne. Ja, back to the roots. Back to the roots, ja. Genau. Vor vielen Jahren hier. Ja. Hier kennengelernt. Hier hat unsere, unsere Liebe begonnen. Ja. Und hält bis heute an. Urlaubsliebe. Urlaubsliebe. Ja. Und weitergetragen jetzt nach Palma. Ne? Ja. Das gibt es doch so, solche Wunder. Wobei wir immer wieder gerne herkommen. Ja. Wobei wir immer wieder gerne herkommen. Herkommen, ja. Na ja, klar. Zumindest ist es halt hier, ja, ist halt auch was anderes. Wir haben halt viel länger Saison in Palma. Hier ist halt doch alles viel mehr auf Saison bedingt. Ja. Jetzt ist natürlich hier, wie gesagt, auch Bewegung. Ich will jetzt nichts sagen und nicht lügen, aber ich glaube mal bis Ende Oktober hier, schätze ich mal. Wenn überhaupt, ja. Ja. Und dann ab November, Dezember ist hier eigentlich nichts auf. Ja. Januar, Februar, März eigentlich auch nicht. Und dann geht es eigentlich wieder los, so in Richtung Ostern, je nachdem wie Ostern fällt. Ja, wenn Ostern früh fällt etwas früher, wenn Ostern später fällt etwas später. Und ja, dann geht es wieder los. Die Spielhalde kennen wir auch noch. Die Spielhalde, die gibt es auch schon ewig. Da haben wir auch hier auf der linken Seite mal gezackt. Ja, da vorne kommt noch eine links. Ja. Die T-Shirt-Laden gibt es immer noch. Das wird es auch immer im Tourismus geben. Ja, das kaufen die Leute immer gerne. Sprüche, T-Shirts oder irgendwie. Das wird ja immer gern genommen. Hier waren ja auch früher die T-Shirt-Laden. Ja, die standen immer hier und haben wir hier. Das Banas. Was war das? Es gab das Banas und das Bananas. Das Banas war, glaube ich, das von Andi. Das war unten am Strand, wo der Andi Cocktails gemacht hat. Gibt es auch noch. Und das Bananas gibt es immer noch. Das Bananas ist ganz hier vorne und das Bananas gibt es immer noch. Dann standen wir früher mal die T-Shirt-Laden von Magic, in dem ich auch mal gearbeitet hatte. Da haben wir uns kennengelernt. Diskothek Magic. Da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt, richtig. Genau. Deshalb hieß unsere Werbeagentur Magic Ice. Richtig. Dann gab es früher das Karussell, wo dann irgendwann auch eine Zeit lang der Gotthab ins Selig Jens Büchner aufgetreten ist, was auch schon mehrere Sitze hatte. Aber das war damals immer so, ich sage jetzt mal, der Schuppen, in den man ging, wenn alle anderen so machten. Den Biergarten Queue. Wo das Restaurant kommt. Ja, genau. Genau. Den Biergarten Queue mit der Diskothek Queue oben drin. War ein Riesenladen. Riese Diskothek. Wobei den, meine ich, gibt es dann auch noch ab und nur einen Biergarten, glaube ich. Die Diskothek nicht mehr oben. Ja, da gab es in Kalamöre noch viel mehr Diskotheken und so weiter. Ja, es waren auch ganz andere Zeiten, ne? Ja. Ganz andere Zeiten. Und dann hieß es Magic irgendwann Cathedral, glaube ich. Ja. Nachdem dann Magic weg war. Der Picho hat es doch dann aber auch noch gehabt. Picho hat es Magic noch gehabt, richtig, genau. Und dann, weiß ich aber, ich glaube, dann ist er raus und dann hat es eine andere gehabt und dann hieß es Cathedral. Das war mein ehemaliges Hotel. Das war dein ehemaliges Hotel. Richtig. Da hast du mich hier verleitet zur Peperoni mit Spaghetti. Da hast du mich versorgt. Nein, da hast du Spaghetti Diavolo gegessen und ich habe gesagt, du kannst die rote Peperoni ruhig essen. Du wusstest nicht, dass die so scharf war. Das ist, glaube ich, noch dasselbe Logo. Das ist, glaube ich, noch dasselbe Logo. Und das Hotel ist auf jeden Fall renoviert. Ja, und das war damals nicht so schön, aber es ist jetzt schön renoviert worden. Und das ist, genau, das ist das Hotel, wo wir damals, wo Sandra war, richtig, und wo wir uns kennengelernt haben. Ja, genau. Ambaromani? Ne. Ne, ne, das hieß El Nio. Müssen wir mal auf der Seite schauen. Hier steht der Name nicht dran. Auf jeden Fall heißt die Cocktailbar hier drin Blue Side. Genau, das ist das Hotel, in dem das Unglück begonnen hat. Wo alles geschah. Und seit hat Sandra nichts Besseres mehr gefunden. Au. Au. Au, heißt das. Ja. Seit hat sie mich an der Backe. Wep. Wep, kommen wir an. Wep. Ist ja auch relativ. So, die haben auch eine Ware bekommen. Ja. Die Kaie Dofi, genau, das ist auch noch ein Begriff. Die Kaie Dofi. Das gibt es ja auch schon sehr lange, wo dann im Sommer, glaube ich, sogar ein bisschen getanzt wird. War das hier? Äh, ich glaube, es war das Nächste. Ich glaube, das war das Nächste, kommt da vorne. Okay. Das war, glaube ich, das, wo dann ein bisschen so Schunkel-Schunkel und Tanzmusik und so weiter läuft. Ich glaube, das war mal hier, hier links, das, was hier kommt. Das kann sein. Ja. Aber auch hier, Anfang Mai, 1. Mai, das ist Bewegung. Aber auch nicht so richtig voll. Unwärm festgestellt, es hat immer noch viel zu. Also es ist immer noch doch einiges an Geschäften, was zu ist, was zu vermieten ist. Das bleibt aber auch, denke ich mal. Wir kamen gerade vom Parken von der, ich sage jetzt mal, Goodball-Deutschen-Auswandererstraße runter. Ja. Da waren auch noch ganz viele Läden frei nebenan, kleine Läden, die zu vermieten oder zu verkaufen sind. Ach, guck mal, hier war es Magic, Schatzi. Fast vorbeigelaufen. Da ist gar nichts mehr. Rechts war es Magic. Ja, rechts war es Magic. Ja, nichts mehr. Was ist das denn? Da ist gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Und hier links, da waren die ganzen anderen Bars und Kneipen, wo wir immer drin saßen. Das ist auch nichts mehr. Auch nichts mehr? Daneben ist jetzt ein Tattoo-Studio. Oh. Da ist gar nichts mehr. Und das war hier das Magic und danach das Kassidwell. Kann man gar nicht glauben. In dem kleinen Ding da. Ja, da war der Eingang, da gingen dann die Treppen nach unten. Ach, richtig. Das war ja unterirdisch. Das war ja unterirdisch. Wenn man da hingeht, wir können ja noch kurz hinlaufen. Ja. Hier waren eigentlich auch mal lauter Kneipen drin, wo abends immer echt was los war. Da ist jetzt irgendwie gar nichts mehr drin. Ja. Und hier ging es im Keller runter praktisch. Also das heißt, hier ging es die Treppen runter und dann ging es links. Die Diskothek war ja unterirdisch. Die war ja unten, nicht oben. Nichts mehr. Nichts mehr. Und da links daneben ist gleich vom Hotel. Ja, hier ist das Hotel und da wird jetzt irgendwie Ware abgestellt. Wobei das hier oben, das hier oben hat damals so einen Ausgang vom Büro von der Magic. Aber jetzt wird es wahrscheinlich vom Hotel benutzt als Lagerraum. Und auch hier auf der Seite, wie gesagt, gar nichts mehr. Ja. Außer meine Frau. Und? Die ist da. Ja, ich bin auch da. Aber ist nicht schöner geworden, die Straße. Die Straße ist hässlich geworden. Ja, ist aber halt auch nichts mehr auf. Ja. Aber es ist halt auch schwierig. Wenn nichts ist, dann kommt auch nichts anderes. Das ist immer so eine typische Geschichte. Weil, klar, wenn du hier unten reist, ich wäre ja fast vorbeigelaufen, weil ich es gar nicht mehr fast nicht gesehen habe. Jetzt sind wir von der, ui, da ist irgendwo ein Geldstück reingeschmissen. Nein, es war ein Stein. Stein? Ja, aber hier irgendwas Ambulanz unterwegs. Nein, aber wir sind jetzt gerade unterwegs. Jetzt sind wir von der Fußgängerzone in Calamillo links abgebogen. Und jetzt gehen wir mit euch zusammen einfach unten am Meer zum Meer und dann am Meer zurück. Ja. Dann bekommt ihr noch ein paar Bilder, wie es hier am Strand aussieht in Calamillo. Der Sparmark, den gibt es immer schon Jahre. Den gibt es schon ewig. Ja, da wo ich damals in der Cafemerie gearbeitet habe, habe ich da hinten immer meine Bocadillos geholt. Das war immer mein Abendbrot. Ja. Genau, weil von hier weg ungefähr 400 Meter, da hat Sandra damals ihre ersten Brötchen verdient in der Parfümerie. Mit leckeren Düften. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja. Da begann mein Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufstalent. Verkaufen. Und da ist ja dieses Café de Mar, was nicht mal? Café de Mar, richtig. Café de Mar, Café de Sol. Café de Mar. Café de Mar. Café de Mar. Café de Mar. Café de Sol. Weiß ich auch nicht. Schon vergessen. Gute Frage. Café de Mar oder Café de Sol, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht sehen wir es gleich, wenn wir ein Stück näher hingehen, weil wir gehen jetzt einfach mal davor. Ja, das Café de Mar oder Café de Sol, wir werden es gleich wissen, hat wohl, ja, ist wohl der, wie so häufig, der Pachtvertrag ausgelaufen. Und soweit ich gehört habe, ne, da kommen wir nicht drüber. Also ich schon, aber Sandra nicht. Böse. Soweit wir gehört haben, ist der Pachtvertrag ausgelaufen, was man liest. Und jetzt geht es wahrscheinlich darum, einen neuen Pächter zu finden. Also muss dann irgendwie Angebote abgegeben werden. Und dann wird da irgendwann wohl ein neuer Pächter auf dieses Kaffee kommen. Ich würde jetzt mal tippen, von dem Logo her, wahrscheinlich Café de Sol. Da steht der Sol, da kann man sehen. Sol, ja. Café de Sol, ja, weil auch das Logo ist ja so. Ja. Eine Sonne da hinten, ja. Ja. Und daher, wie gesagt, soll jetzt, muss jetzt ein neuer Pächter gesucht werden. Wahrscheinlich gibt es eine Bewerbungsmöglichkeit beim Amt. Und dann kann man vielleicht sein Konzept, was man damit machen möchte und so weiter, angeben. Und dann mal schauen. Perfekte Lage. Wer dann der neue Pächter wird. Ja, ist eine super Lage. Na klar. Ist eine super Lage. Du hast Terrasse davor, du hast viele Hotels in der Umgebung, hast direkt Terrasse und genau auf der anderen Seite direkt einen Strand, also eine mega Location. Und viele Hotels. Ja. Wir fanden es bisher immer gut, zum was trinken zu gehen. Trinken, ja. Das Essen war immer, ja gut, man hat was gegessen, um satt zu werden, wenn man Hunger hatte. Ja. Es war auch nicht schlecht. Aber es war nichts Besonderes. Es war halt irgendwie, aber man saß immer schön. Es war immer eine tolle Location, wo man schön sitzen konnte und direkt am Meer. Es war schön, schade, dass es zu hat. Aber findet sich bestimmt in eurer Pächter. In der Lage. Ja. Man hat ja gelesen, dass ein Auswanderer aus Calaradiada Interesse bekundet hat. Gut. Aber bekundet wird immer erstmal viel, um wieder irgendwo in der Presse zu stellen. In der Presse zu bekommen. Ja. Wir werden es sehen, was passiert. Herrlich. Die Bürge da, die Wolken. Ja. Ein schönes Bild wärs heute, wenn alles bei euch malerisch ist. Aber es ist noch nicht, warte mal, apropos Bild, ich mach mal kurz ein Foto parallel. Aber was auffällt, es ist noch nicht aufgeschirmt. Ja. Es sind noch keine Schirme da. Nee. Es sind noch keine Liegen da. Ich hätte jetzt eigentlich getippt, dass mit Ostern schon losgegangen wäre. Ja. Aber Startschuss dann später erst ist. Oder wie die letzten Jahre, auch da gab es auf Mallorca auch schon öfters, dass noch gar keine Konzession vergeben ist. Ach so. Für diejenigen, die liegen und Sonnenschirme ausstellen. Ja. Das war doch, glaube ich, letztes Jahr auch so ein Thema. Der vorletzte Jahr irgendwann immer mal wieder. Jetzt muss ich ja balancieren. Kannst du ja. Ich bin frohe, dass dann irgendwelche Strände sehr spät erst die Lizenzen vergeben wurden. Und dadurch lange Zeit keine Liegen und Sonnenschirme gab. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Ja. Mai. 1. Mai. So. Und jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das Risiko mit euch eingehe. Das ist fest. Und hier drüber springen. Ja. Wird schon klappen. Alle. Hoppa. Jawoll. Guck mal die kleine Sandra an da unten. Noch kleiner. Gänsehne pipsen. So klein. Aber wunderschön der Strand. Ja. Ja. Wunderschön. So. Jetzt gehe ich mit euch hier nach unten. Alle. Doch. Meine alten Knochen. Ja. 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 Moment. Moment. Da ist dann das Eurotel. Moment. Immer noch einzige Hotel in der Costa de los Pinos. Da ist das Eurotel. Mit Zoom ist es schwierig. Schüss. Und hier ganz rechts geht es dann durch die Costa de los Pinos durch. Und hier dann am Ende, da ist dann die Aussichtsplattform, die ihr auch noch im anderen Video von Calabona zu säen bekommt. Die ist dann ganz dahinten. So, wieder rausgezoomt. Aber am Strand ist noch nicht viel los. Und jetzt ist es auch gerade gar nicht mehr wenig. Nee, jetzt gerade angenehm. Jetzt haben wir erst einmal noch nichts, vielleicht dann ab Juni. Hier ist das Karussell von dem wir vorgesprochen haben. Heißt doch so und dann gab es ja auch noch den Deutschen. Heißt doch so. Hat glaube ich auch der alte Besitzer dann wieder zurückgenommen. Hotel Playa de Moro. Ist auch schön renoviert, schön geworden. Ja auch. Und halt auch wie viele sind Calabona fast. Direkt am Strand. Jetzt müssen wir unbedingt noch die Eisdiele finden nachher, weil Sandra möchte unbedingt ein Kaffee mit Vanille Schokolade. Nein, Kaffee mit Vanille Eis. Entschuldigung, Kaffee mit Vanille Eis. Kaffee. Essen wir eigentlich immer nur im Sommer. Na klar. Oder wenn es warm ist. Witzig, he? Ja. Das war früher immer Sandras Location. Da hat sie getanzt und gefeiert. Ja? Naja, war nie deine Location. War das nicht früher eine andere Geschichte? Das hat auch komplett umgebaut. Das hat komplett umgebaut. Das war früher mit den ganzen Cocktails. Ja, genau. Schön gläser die heute wieder in sind. Ich glaube ja. Aber das hat auch ganz neu geworden. Ich glaube davon haben alles die Holländer jetzt übernommen. Aber heißt immer noch Kapitän Hook. Ne? Ja, ich glaube hier ist einiges. Ne? Von der Aufstieg her. Ich glaube hier haben einige Holländer investiert. Ja, unten ja auch an der Blei de Palma. Ja, genau. Da hinten war zum Teil mein altes Tauchgebiet. Punta den Amer. Ja. Da oben drauf habt ihr übrigens auch ganz an der Spitze oben. Von Punta den Amer. Da gibt es ein tolles Castell. Mit einem tollen Blick. So ein alter Wehrturm. In den man auch rein kann. Wo früher praktisch die Insel verteidigt wurde. Und da ist auch so ein Kaffeerestaurant dabei. Kann man sagen. Ein Ausflugsrestaurant. Wenn der noch lebt. Da war früher immer ein Papagei. Papageien werden sehr alt. Das kann man so durchaus sagen, dass der noch lebt. Und da oben kann man schön hinwandern. Sangria trinken. Sangria trinken. Bei einem tollen Blick. Wie gesagt so ein Ausflugsversorg. Eine schöne kleine Wanderung. Richtig. Genau. Aber schön. Und Naturschutzgebiet. Punta den Amer. Genau. Man kann ja das Naturschutzgebiet zum Punta den Amer hochwandern. Die sind neu. Die sind neu. Die erinnern mich ein bisschen, weißt du noch, an Miami. Ja. Nur bloß in nackt. Nur in nackt. Genau. Also nicht angemalt. In Miami waren sie bunt. Ja. Aber schön. Schön. Die sind neu. Das erinnert wirklich an Miami. Da waren auch so Dinge. Aber alle halt bunt bemalt. Genau. Aber schön aus Holz. Ja, ich finde es auch für die Lifeguards schöner wie bisher. Wenn sie dann immer nur in der knallen Sonne sitzen. Da haben sie jetzt wirklich ein Haus, wo sie auch was drin lassen können. Und geschützt sind. Also ordentlich. Ja. Ordentlich gemacht. Ja. Vielleicht kann mal jemand auf die Idee kommen, die anzumalen wie Miami. Oder die fangen jetzt an mit Graffiti. Bei dem Strand hier. Miami Feeling. Ja. Ist ja auch ein Traum. Ist ein schöner Strand. Von der Natur her. Ist echt ein schöner Strand. Von der Farbe des Sandes. Nicht ganz so breit wie Miami war, aber trotzdem ein schöner Strand. Ach, wir sind schon fast wieder da. Guck mal, da sind wir schon bei Mais. Ja. 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 Da stelle ich mir gerade auch die Frage, gehört das neben dann auch noch zum Mais? Wahrscheinlich schon, ne? Da haben sie nur noch nicht auf. Ja. Noch zu früh wahrscheinlich. Und hier hinten unten drin, das war das, was ich meine ist. In dem Ecklokal, wo es das Hotel unten drin ist. Da war für die Cocktailbar Banners vom Andi. Die war aber auch schön. Die war auch schön. Er hat auch super Cocktails gemacht. Titi war da mit ihr. Das war der Ex-Foll. Richtig war der Ex von Titi. Und da hat natürlich auch Andi immer mega Cocktails gemacht. War wirklich. Ja, das war gut. Wirklich schön. Hey, Juhu, da sind die ersten Sonnenschirme. Und hier sind es doch schon die ersten Sonnenschirme. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, so zwanzig Schirme sind ja schon aufgebaut. Mhm. Also gibt doch schon die ersten Schirme. Ein paar Meter machen wir noch mit euch. Ein paar Meter gibt es noch von Calamayor. Ja. Haben sie aber auch noch hier gemacht. Ja. Da kannst du, weiß ich gar nicht. Da kannst du, weiß ich gar nicht. Ungleidekabinen. Ah, Ungleidekabinen. Also für euch schon mal, wie gesagt, wie üblich. Danke fürs Zuschauen. Wir nehmen euch noch ein paar Meter mit. Genau. Gebt uns gerne was in die Kommentare. Und ja, wer uns noch nicht folgt, folgt uns einfach. Gebt uns einen Daumen hoch. Dann, ja genau, aktiviert die Glocke, dass ihr mitbekommt, wenn wir wieder ein Video online haben. Und dann bekommt ihr auch von den Rundgängen und so weiter immer direkte Info, wenn wir wieder online gehen. Ja, da haben wir uns leider Pech gehabt. Weil eigentlich wollte ich euch bis hierher mitnehmen. bis zum Eiskaffee Bernardini und wollt hier mit Sandeichen Eiskaffee trinken. Aber Eiskaffee Bernardini hat heute zu. Also wird das nichts. Müssen wir gucken, wo wir dann was bekommen. Ja. Dann verabschieden wir uns mit dem Blick hier in Richtung Meer. Verabschieden wir uns von euch. Sagen euch alles Liebe. Und bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao. Ciao.